Und damit herzlich willkommen zurück in der Runde 3 gegen Bayern. Also heute weiß ich auch nicht, was los ist. Diesmal aber bei Nacht. Mal schauen, wie der Gegner so ist. Das ist alles, dass Bayern kriege ich hier nicht mehr als Gegner. Alle Mannscheiner. Ich gewöhne mich dran. Gut verteilen am Anfang. Immer wichtig. Schauen wir, wie der Gegner spielt. Deshalb macht er Fehler. Was ich gut finde. Ja, ich hätte da den Pass nehmen sollen. Oh, ich fahre mich selber über den Haufen. Gut gespielt. Ahaha, Meter zu weit im Rücken. Oh Mann, Mann, Mann. Mal sehen, was er vorhat. Ganz oben steht einer frei. Ja, er zieht in die Mitte rein. Wow, Casillas. Wow. Wow. Der wäre vorbeigegangen. Wow. Alle Achtung. Das musst du hinkriegen. Ich lasse ihn aber extra frei, weil ich denke, ja, okay. Dies ist noch kein kurzes Eck. Passt alles. Und ich kann aus und dann zumachen. Ja, macht Casillas sowas. Warum? Weil es Spaß macht. Ganz drauf und ruhig. Ja. No. Da haben wir halt ein Neuer. Das ist der Unterschied. Ja, wir stehen jetzt das selbe im Weg. Nicht gut. Ja, er kriegt den halt direkt wieder. Da braucht man nix. Oh, mh. Da, Bale. Bale! Ja! Sehr schön. Super gemacht. Ja. Geiles Tor. Da läuft Müller. Müller läuft. 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 Nichts. Alles klar. Geht er innen. Nein, geht er wieder nicht. Diesmal lasse ich ihn nicht laufen. Ich hatte mich noch umentschieden, aber er hat es leider nicht mehr angenommen. Dann war es ein Schuss. Lieber nach rechts. Warten, 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 warten. Ganz ruhig bleiben. Er hat seine Fehler. Den passt es so. Oh, Mann. Oh, Kassias. Sieht wieder nicht gut aus. Wie eine Bahnsteine pippt er um. Mono. Der hat die Kinn und ding. Ding, 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 ding. Ah. Nicht gut. Kommt schon. James Rodriguez. Bale. Ganz oben. Ronaldo. Geht ganz anders als eigentlich geplant. War gefährlich. Ich bin live. Ich bin hier. Die. Ich bin jetzt packen. Und Beckett. Jetzt in Richtung Ronaldo, da wo er hingeht. Da gewinnen die meisten Kopfball-Dreälle. Müller! Das ist ja unglaublich. Hat er schön gespielt. Benzema will nicht stoppen. Natürlich ein unbedummiges, nicht zu stoppen. Ja, dann wenn man stoppen sollte. Nun ja. Jetzt frage ich ja das im Leben. Und trotzdem mehr auf den Zug. Oh Mann, das hat er gut gemacht. Und ich habe das scheiße verteidigt. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Sehr schön. Oh Mann. Oh Mann. Nein, 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 geht dazwischen. Ach, der Gegner ist doch nicht stark. Jungs, das kann doch nicht wahr sein, hier hinten liegen. Er hat zwar super viel Ballbesitz, weil er sich da einen Ball hin und her kriegt, aber ansonsten hat er doch nicht wirklich viele Chancen. Eine war gut rausgespielt, die andere war ein Witz und Torhüter. Oh, zu zweit mal. Puh. Den werde ich anlaufen, aber garantiert. Gibt es heute nochmal einen. Jetzt läuft eh keine wirkliche Zeit. PP. Keine Lust, okay. Komm, vorne. Wobei, Halbzeit. Wunderbar. Er hat zwar schießt. Er hat mir Ballbesitz, aber schwierig ist es. Ja, ein paar Drehungen. Und schon steht unten einer frei. Und da steht auch einer frei. Und dann kommt Ronaldo und dann steht es 2-2. Ja, das war geil. Begeistert. Und der ist wahrscheinlich eher entgeistert. Gut gespielt. Zack. Und dann ist es. 2-2. So sieht es aus. Muss hier aber gewinnen. Ja, das ist halt sein Ballbesitz, den er sich vorausspielt. Und das ist eine super Interception. Einmal die Drehung. Dazu kommt Ronaldo. Aber mal sowas für nicht an den Ball. hat er keine Chance. Den laufe ich da ein bisschen an. Ganz oben steht einer frei. Und ich gebe ihm halt direkt den Ball. Was weniger gut ist. Scheiße verteidigt. Wirklich. Scheiße verteidigt. Mal sehen, was er macht. Wieder weit rein. Und super verteidigt. Und na, der ist zu schnell. Der ist zu schnell. Der ist zu schnell. Und wenn sie mal zu langsam. Doch nicht zu dem. Das darf doch nicht wahr sein. 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 Aber wieder hinten. Das darf nicht wahr sein. Ah, ich hab viel zu große Lücken. Das ist schwer zu ebteidigen. Ich spiele trotzdem nicht. Eigentlich sollte ich hier gewinnen. Zumindest eine Runde schieben. Gemacht. Ganz oben. Schön gespielt. Und der will halt nicht passen. Und der will halt immer wieder rein und zurück und sonst irgendwas zieht. Das nervt wirklich. Mag solche Gegner nicht. Und der kann ich auch nicht volle offensiv in mich stellen. Ja. Und der will nur fest. Wenn wir versuchen, in Stärke zu tacklen. Da brauche ich Pressing. Und einen hohen Druck. Mal schauen, ob es klappt. Ach, der schiebt mich doch da weg. Er ist blind. Also, er sieht die Anspielstationen die Weite. Nicht. Heißt, ich muss in den nahen Decken. Ich glaube, der ist aufsatz. Ja. Ja, das habe ich ja voll offensiv. Am ehesten. Aber was soll schon passieren? Ja, das verlieren kann er nicht. Jetzt geht zwei Verlierer oder 3-2. So, diesmal decke ich ihm schön die Position zu. Kassiert. Bitte, 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 bitte. Ich verbrauche den keinen Meter. Dann holt er auf den Ball. Und das war verhältnismäßig auch wieder Schaxi gespielt. Ganz auf der anderen Seite. Komm, Bale. Komm, Bale. Ha! Das ist halt ein Neuer. Boah, das ist der Unterschied. Oh nein, mein Torhüter ist missbraucht. Der hat da wirklich nichts verloren. Wie will ich der auch nicht sehen? Na gut, gut, gut. Aber lass ihn nachkommen. Ah, so ein Pass. Das darf doch nicht wahr sein. Dann PP macht's wieder gut. Komm, Ronaldo. Wird überholt von Robben. Darf alles. Verloren. Verloren. Und das ist ja zu spät, dass mich ärgert zu verlieren. Ah, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Gegen den darf man nicht verlieren. Und ich mag, geht nur nicht, die so Ruhspiel... So lahmarschig wirklich. Weil dafür einfach die Zeit in so einem Spiel nicht reicht. Das sind 15 Minuten, eine Viertelstunde. So viel wie der da Ruhspiel, das ist grauenhaft. 10 Minuten, die er nur Ruhspiel hat. Und das sind grauen. Da ist es wirklich Casillas' Fehler. Bei dem Tor nur Casillas ein Fehler, aber das sie verloren haben. Unter anderem auch an ihm. Aber nun ja, ein Sieg, eine Niederlage ist jetzt nicht unbedingt perfekt. Ist aber auch kein Beinbruch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Security 10 12 20 21 20 22 22